Es ist 5 vor 5. Das Wichtigste am Mittwoch. Immer 5 Minuten früher. 1000 Stockhiebe und 10 Jahre Gefängnis, weil er in Saudi-Arabien seine Meinung vertreten hat. Der Blogger Raif Badawi hat heute den Saharow-Preis des Europäischen Parlaments erhalten. Damit würdigt Europa sein Engagement für die Meinungsfreiheit. In seinem Internet-Blog hatte der 31-Jährige die Trennung von Staat und Religion in seinem Land gefordert und die damit verbundene Einschränkung der Freiheitsrechte kritisiert. Das EU-Parlament fordere jetzt vom saudischen König, die brutale und unmenschliche Bestrafung sofort zu beenden, sagte die Aachener EU-Abgeordnete Sabine Verheyen.